Es folgt ein deutschsprachiges Video. Zuschauer, die kein Deutsch verstehen, können Untertitel einschalten. Da! Da! Unten rechts! Musik Herrlich, nicht wahr? So ein schöner Tag. Der Himmel, die Vögel, die Sonne. Weißt du, dass die Sonne 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist? Und misst 1,4 Millionen Kilometer in Durchmesser. Und ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Wer hat sie angezündet? Bitte? Ja, ich meine, das muss ja ganz schwer gewesen sein, die Sonne anzuzünden. Ich meine, du hattest ja genug Probleme mit dem Grill. Die Sonne hat sich selbst eingezündet. Warum funktioniert das nicht mit unserem Grill? Die Sonne ist doch kein Grill. Ja, ich meine, wenn sich die Sonne selber anzünden kann, müsste es möglich sein, mit unserer Technologie so einen Grill zu erfinden, der sich auch selbst anzündet. Ja, du meinst also, man muss einfach davor stehen und sagen, es werde Feuer. Ich hole mir die Steaks. Ich hole mir die Steaks.